Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug von DB Regio Bayern. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Gündelkofen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Bruckberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Moosburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Langenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Marzling. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Freising. Diese Zugfahrt endet dort. Wir verabschieden uns von Ihnen und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.